Bin ich Brille mit P, fühl ich Silent, so shit, da warum kein Zappen? Echt, ist der verstorben Redzocker? Das wusste ich nicht, aber ja, habe ich gehört. Hat geile Musik gemacht, ah, Digga, mein Dings ist nicht an. Wow. Das wusste ich nicht. This is the end, this is not the beginning. Silence, danke für 14 Monate mit Prime, liebe. Manchmal muss man auch den Leuten zum Glück verhelfen, Sightlands, habe ich gerne gemacht. Danke für den Prime. Danke, danke, danke. Check mich, Fluri. Moin. Ja, warum schießt der Typ so auf mich? Echt, normal, dass die Lobbys lecken wie scheiße, ja, ne? Guck mal. Ist das dumm. Ey, Chat, ist jemand von euch in Fortnite drinne? Ist hier dieser Amar, Amar Cup, ne? Ist hier am Sonntag, Chat. Du, No-Bild, okay. Guck mal wie das laggt. Ich bin einfach tot, weil es so laggt. Ich bin einfach tot, instant, einfach Nock. So gut, so Experience. Ne, keiner. Wollen wir mal was. Ich freue mich, Rebel. Welche hast du dir gegönnt? Schick mal, wenn sie da sind. Verlink mich auf Insta. Auf Insta verlinken. Feindliche Drohne über uns. Moin Game, it's no moin Chorix. Feinde landen im Einsatzgebiet. Digga, wie lag der da? WTF? WTF was das, Bro? Mein Nock, wo was geht? Naja, Digga, bisschen besseres Server an COD, das wär's. Der ist leider tot. Nau so wie der. Es tut mir auch bisschen leid für die Jungs. Das muss mal gut sein hier hinter mir. Der Typ ist doch safe hier in die Höhle gelaufen. Ah ne, ist gar keine Höhle. Hier habe ich doch einen gesehen. Dann ist der jetzt aber in die Höhle gelaufen, oder? In die Katakomben. Komm raus! Lucky Luke war nice. Lucky Luke ist immer nice. Lucky Luke ist immer gut. Der Kollege hat sich das ja gekauft. Hat er den Typ gerade gehört? Was? Der war schon tot! Der ist seit drei Sekunden tot! Was denn das? Bro, Digga. You cannot take this game serious, Bro. Digga, und warum sehe ich mein Loadout? Nicht, weil ne Konterthrone Luft ist. Ich weiß nicht, wo mein Loadout jetzt ist. Hä? Ach, Digga. Wirklich. This fucking game, Bro. It's fucking shit, Bro. It's fucking shit, Bro. It's fucking shit, Bro. Holy hell. So. Also. Das Geist ist krank. Warte, man hat nicht dieselbe Waffe wie ich, ne? Naja, diese Basilisk, die ist so geistkrank. Er hat fast gekracht. Der Feind nähert sich. Muss play aber für ihn. Der kehrt ja mal gar nicht. Der brä. Oh, da habe ich einen gesehen. Lass mich, lass mich, lass mich entführen. Habe ich gerade geschossen? Hallo? Es ist One-Shot. Der Typ. Wo sind meine Schüsse hingegangen? Oh. Ja, natürlich. Zweiter Sinn. Zweiter Tod, der keinen Sinn macht. Kronle, daher für 22 Monate. Django gucken. Django ist echt ein Banger, ja? Django ist ein geiler Film. Fühl ich. Django fühl ich. Ist das geistkrank, was hier passiert, Chat? Wurde gerade abgeballert, ne? Ich weiß nur nicht von wo ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, wo er von schossen wurde. Ah, da ist er. Da ist er. Warum kriege ich jetzt nicht automatisch seine Platte? Was? Blades, 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 Blades. Digga, wir hatten jetzt meine Waffe. Von den Typen. Das ist meine, ne? Ja. Ich habe ihn doch gesehen. Time to kill, ne? Wenn man ein Headshot gibt, ne? Wenn man auf einen schießt und man trifft ein Headshot, ist das Ding schon vorbei für denjenigen. Er kann schon abmelden. Im Basis Sinne des Wortes. Und im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne über uns. Hände sind noch kalt. Hände sind noch kalt. Du verlierst deinen Boden. Digger, ich bin in dieser Runde noch nicht einmal normal gestorben. Noch nicht ein einziges Mal. Außer vielleicht der erste. Der kann man sagen. Es hat sie einfach nur kurz geleckt. Digga. Was passiert denn hier schon wieder? Es ist so geisteskrank. Noch nicht einmal normal gestorben. Schuss verkauft beendet. Preise angepasst. Schuss verkauft beendet. Preise angepasst. Keine Smokes und kein Alarmier-Chat. Das ist nicht gut. I do not like this. Time to kill is geisteskrank. Auch von der MP5. Wie schnell die Leute einfach tot sind. Die Vorratskisten sind wieder aufgefüllt. Rüstet euch aus. Feinde landen im Einsatzgebiet. Das ist eigentlich krass, dass ich jetzt One Shot bekommen hätte. Das ist halt jetzt das Ding, ne? Das ist halt keine Wasserzone. Keine Wasser, keine Pistole habe ich. Da sind echt ein paar im Wasser, ne? Ja, dann sind alle da hinten. Wurde gerade so gesnipet, der Pro. Ronan, kein Treibstoff mehr. Die Kerstin zur Basis zurück. Jett, guck mal. Schlau sein ist die Devise. Schlau sein. Schlau sein. Schlau sein. Schlau sein. Schlau sein. Schlau. Sie können eigentlich die Muni Box wieder finden. Oh, da ist sie ja. Das Ding ist wirklich vorbei für die Jungs. Der Mann ist tot, der weiß es nur noch nicht. Und jetzt haben wir nämlich das Problem, dass hier ein paar im Wasser rum geistern. Jett. Alina ist da einfach oben noch. Andere ist dahin, das ist der letzte. Jetzt nähern wir uns durchs Wasser, werfen den Smoke dahin. Wir haben den falschen Kampf gewählt. Gut gemacht. Ja, für so geisteskranke Oberpower. Wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt, wie okay die ist. Hübschel! Hey, Hübschel! Alex, danke für den frischen Prime Sub. Yama, Hitsu, danke für ein halbes Jahr mit Prime. Und Kunde, danke für 22 Monate. Und Kunde, danke für's Zuschauen. Danke für's Zuschauen.